Herzlich willkommen. Mein Name ist Raute Hesse und ich darf heute mit Martin Wandel sprechen. Martin ist Kandidat für die bremische Bürgerschaftswahl und für die Partei Die Basis. Hallo Martin. Hallo Raute. Dein Thema ist Mitbestimmung. Jetzt leben wir in einer Demokratie, hier ist es für uns alle normal mitzubestimmen. Wo siehst du Schwierigkeiten oder Handlungsbedarf? Im Moment dürfen wir ja nur alle vier Jahre ein Kreuzchen auf einem Wahlzettel machen und damit bestimmen wir halt, wer immer im Parlament sitzt. Aber wir können nicht mitbestimmen, was diese Menschen, die im Parlament sitzen, dann tatsächlich entscheiden. Da sind sie vollkommen frei, ihren eigenen Interessen zu folgen oder ihrem Parteiinteresse, aber nicht unbedingt im Interesse der Bürger. Und diese Art Mitbestimmung, die wollen wir halt einführen. Also tatsächlich so, dass der Bürger bei einzelnen Sachthemen ganz konkret mitentscheiden kann. Genau. Wir haben eine Abstimmungsplattform entwickelt, also eine App sozusagen, die man sich auf seinem Handy installieren kann. Und darüber werden wir über alle Gesetze informieren, die in der Bürgerschaft verhandelt werden. Und dann können die Bürger sich eine Meinung bilden und dann über diese App mit abstimmen und sagen, jawohl, ich bin für das Gesetz oder ich bin dagegen. Wenn die Mehrheit sich dafür ausspricht, werden wir auch in der Bürgerschaft für das Gesetz stimmen. Wenn die Mehrheit dagegen ist, stimmen wir gegen das Gesetz. Das heißt, die Partei, die Basis hat sich nicht nur auf das Schild geschrieben, dass es mehr Mitbestimmung geben soll, sondern die Partei, die Basis hat auch bereits die Möglichkeit geschaffen, dass der Bürger mitbestimmen kann. Genau. Das unterscheidet uns, glaube ich, von allen anderen Parteien. Die Piraten haben mal etwas Ähnliches, aber die sind ja im Moment nicht wirklich aktiv. Und von daher sind wir wirklich die Einzigen, die das bieten. Naja, sehr interessant. Ja, vielen Dank, Martin. Dazu werden wir uns sicherlich noch einmal unterhalten. Ja, gerne. Verwe Scared Zuhause ten Zuhause Mais Zuhause Di возgramm Da